Und dann ist man auf diesem Wagen und muss halt die Beine annehmen und dann stapeln. Und irgendwann sitzt man dann ganz oben auf dem Heuwagen, auf dem Stroh. Also nicht Heu, sondern Strohwagen. Und das war schon cool, das ist ganz schön spannend. Ja, und Bauernhof, wir waren aber drei Töchter. Da wurde mein Vater natürlich immer mitleidet. Weil da gab es ja keinen Nachfolger. Also ein Sohn muss her, normalerweise. Aber es kam nicht. Nur drei Töchter. Aber ich fand es eigentlich cool. Und ich hoffe, mein Vater auch. Also natürlich musste er manchmal sich gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Aber er hat das immer ganz gut geschafft. Ja, vielleicht war er deswegen so powerful. Wie läuft das mit dem... Geld? Wie läuft das? Ulan war schroleseck, ne yapıyor lan burada? Bu çanta ne? Mike nerede? Hanı çantayı getirecekti buraya? Ja? Abia. Çalçuk. Aurelo. Saada Sarkan. Sarkan. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Ich höre dich. Dann komm. Bis zum nächsten Mal. 混 auf kinder Import. Et dann navigation. Bis zum nächsten mal. Ich nee. 还是 da spät. Tschüss? Oh, nee. Hasround dich gel Bier? Du bist du?